Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen an diesem Donnerstag, dem 2. Mai 2019. Ihr hört die Geek Talk Daily 609 und heute habe ich die folgenden 1, 2, 3, 4, 5 Themen mitgebracht. Facebook-Portal, Smartphones straucheln, Google Fit 1 Billion und Netflix. Ich beginne gleich mit Facebook, auch da hatte ich gestern schon ein Thema mit dabei. Aktuell ist ja die F8, die Entwicklermesse von Facebook und da ist das eine oder andere gestern schon rausgefallen, das eine oder andere ist heute rausgefallen und eines von diesen Themen nehme ich heute eben gleich mit rein. Es geht um das Facebook-Portal. Portal ist nicht die Webseite, damit gemeint, wo ganz Facebook zu Hause ist. Das ist ein Stück Hardware. Könnt ihr euch in etwa vorstellen, wie das Amazon Alexa-Teil mit einem Bildschirm drin, dessen Namen jetzt ich gerade nicht mehr weiß, also einem grossen Bildschirm oder dem Google Home Hub heisst das Teil, glaube ich. Ja, ein smartes Display, wo man unter anderem, und hier spielt Amazon, mit rein Amazon Alexa integriert hat und man die Möglichkeit hat, mit seinen Freunden Videos schauen, Musik zu hören oder andere Dinge zu tun. Auf 10,1 Zoll und 15,6 Zoll ist das Gerät ausgerichtet, also es gibt zwei verschiedene grossen Modelle und ja, schneidet in der Fachpresse oder generell bei Reviews in den Staaten relativ, ja, sagen wir mal, verhalten ab. Kommt jetzt aber nach Europa. An der F8 hat der junge Herr Zuckerberg gemeint, dass das Teil für ca. 199 US-Dollar eben auch nach Europa kommen wird. Ob es ihm nach Deutschland, Schweiz und Österreich kommt, ist aktuell noch offen, das werden wir sehen. Und ja, nach Möglichkeit vielleicht auch mal testen. Oder eben auch nicht. Facebook und Privatsphäre ist ja so ein Ding. Ja, Smartphone-Markt. Der globale Smartphone-Markt ist anscheinend ein bisschen am Straucheln. Man muss jetzt aber gleich vorne wegschieben. Die Erhebung von IDC, die es für das erste Quartal 2019 gibt, basiert wie immer oder vielfach solche Dinge auf Schätzungen. Denn neben Apple, die erst gerade die Quartalszahlen rausgehauen haben und noch zwei Firmen, dessen Namen jetzt gerade nicht mehr einfallen, sind von anderen Herstellern aktuell einfach nur Schätzungen da. Und wenn man das Ganze so anschaut, macht der Smartphone-Markt anscheinend ein Minus von 6,6 Zoll im Vergleich immer mit dem gleichen Zeitraum im 2018. Ja, kann passieren. Und wie soll ich sagen, der Markt der Premium-Modelle, denke ich doch auch, und auch der Normal-Modelle, ist aktuell ein bisschen gesättigt, weil eben, wir sollen immer wieder schon sagen, das Smartphone ist irgendwie am Ende seiner Entwicklung und da muss was Neues kommen oder was radikal Neues, dass da sich dann auch wieder Schwung reingibt. Muss ja auch nicht immer ganz so arg nach vorne gehen und, ja, mal das Telefon noch ein Jahr länger behalten. Wieso nicht, wenn es funktioniert und es Updates bekommt, kann man das ja ohne schlechtes Gewissen auch tun. Gestern habe ich noch davon berichtet, dass Google Pay in die Schweiz gekommen ist. Jetzt kommt für uns in der Schweiz und auch in allen anderen Ländern, Deutschland, Österreich und viel weiter darüber hinaus, auch eine neue, weitere Google-App. Irgendwie hat es sowas wie die Tranchen-Geschichte bei Apple vor dem letzten Event. Kommt Google jetzt auch schon am zweiten Tag mit einem zweiten Thema, bevor es dann an die Google.io geht. Ja, Google Fit, das Apple Health von der Google-Seite, also die Schnittstelle, die alle möglichen Daten sammelt aus dem Bereich Gesundheit und Fitness etc. und die dann aufbereitet und für weitere Apps und Schnittstellen zur Verfügung stellt, die sammelt jetzt neu auch auf iOS-Geräten. Sofern man das natürlich installiert und auch aktiviert und dafür da den Zugriff gewährt, kann man die ganzen Daten aus Apple Health auslesen lassen und eben in Google Fit integriert darstellen lassen. Wer es braucht und mag und will, soll es sich runterladen, alle anderen die Finger davon lassen oder es mal ausprobieren. Wer viele Freunde mit einem Android-Smartphone hat, der kann sich damit natürlich jetzt auch quer über die Plattform messen. Ich habe es vorhin gerade mal erwähnt, Apple-Quartalszahlen, die kamen ja gestern raus, habe ich nicht reingenommen, weil, ja, wie vielfach halt eher, ich würde nicht sagen unspektakulär, aber einfach, ja, es geht vorwärts. Und eine Neuigkeit gibt es seither, solche Quartalszahlen haben natürlich immer den, ja, Ansporn für die Börse, um vorwärts oder rückwärts zu gehen. In diesem Fall ging es jetzt für Apple vorwärts und zwar ein richtiger Schritt. Zum zweiten Mal hat Apple nun die One-Billion-Dollar-Marke überschritten. Nach dem August letzten Jahres ist ihnen das das zweite Mal gelungen. In der Zwischenzeit hat es ja Microsoft auch geschafft, habe aktuell den aktuellen Wert von Microsoft nicht in den Fingern, aber ich denke, ja, da ist es ziemlich ein Nase an Nase oder wie heisst das? Ziemlich, ja, ein Spitzenkampf mit den beiden. Mal schauen, wie lange das so bleibt. Ich bin mir auch sicher, das wird wieder runterfallen. Aber so funktioniert ja auch die Börse und wir wissen ja auch von Apple, dass sie da nicht darauf abzielen, sondern eher ein langfristiges Geschäft planen und auch aufbauen. Zu guter Letzt habe ich noch eine Neuigkeit für all diejenigen unter euch, die Netflix auf dem Fernsehen kommunizieren, konsumieren, nicht auf dem Smartphone und auf dem Tablet. Die bekommen zukünftig besseres Audio. Nachdem man in letzter Zeit viel im Bereich Video gemacht hat, 4K, HDR und so weiter, dann irgendwann Dolby Atmos reingekommen ist, kommt jetzt noch ein bisschen mehr Audio, Klangqualität, Verbesserung mit rein, High-Quality-Audio nennt man das Ganze und gibt es für die Premium-Modelle, einfach für die grösseren Modelle, je nach Bandbreite, die man so hat, vom Internet-Provider zu sich nach Hause, bekommt man zwischen einem guten Ergebnis, 192 kWh bis zu 640. 440, das ist ein grossartiges Ergebnis oder eine grossartige Tonleistung oder, genau, ich hoffe ihr wisst, was ich meine, das ist dann für Dolby Atmos 5, äh, Dolby Surround 5.1. Wenn es für Dolby Atmos ist, sollen die Zahlen zwischen 448 und 768 liegen, also dann nochmals eine Schippe höher und somit dann auch vom Qualität her natürlich hörbar besser, zumindest für all diejenigen, die sich früher nicht die Ohren kaputt gemacht haben in der Disco. Ne, Spass beiseite, der Unterschied merkt man wirklich, das kann ich euch auf jeden Fall schon mal soweit bestätigen. In diesem Sinn, das war's mit den Neuigkeiten, die ich heute für euch bereit hatte. Ich hoffe, ihr möchtet am Freitag, respektive morgen, nochmals reinhören und ja, dann geht's dann auch schon wieder in Richtung Wochenende. Euch einen schönen Tag, viel Erfolg und wir hören uns wieder. Euer Pogipsi, bis dann, tschüss. Hört mehr Geek Talk.